Herzlich Willkommen zu den Worst News. Es ist einiges passiert und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, ich bin aus Manchester zurück und Freunde, was soll ich sagen, es war doch wirklich eine mega geile Veranstaltung mit, ich will mich nicht selbst loben, vielen Dingen, die wir wirklich vorausgesagt haben. Es wurden neue Systeme präsentiert, es gab ein Release-Datum für Squadron 42. Viele haben schon gesagt, äh, 2026, das sind ja noch zwei Jahre, aber mal ehrlich, das war ja eigentlich klar. Aber wir haben zumindest jetzt ein Release-Datum und die Gameplay-Demo war ja wohl der Oberhammer. Ich hatte mit einigen gesprochen dann auf der CitizenCon, die meinten, ja, war mir jetzt ein bisschen zu viel Filmsequenz, aber das war halt das Prilog, ja, und das Prilog ist ja immer so ein bisschen mit mehr Filmsequenz, das ist halt die Einleitung des Spiels, das wird sich später aber, denke ich, noch ändern. Und wenn nicht, ist es bestimmt auch geil. Ich war drinnen, ich war einfach wirklich gehypt, so spannend dieser Anfang schon war mit den Vendules, wie die dargestellt wurden, ich könnte hier jetzt wahrscheinlich eine Stunde weiter erzählen. Aber, das machen wir, würde ich sagen, im Stream am Mittwoch. Dort werden wir uns mal ausgiebig unterhalten über die CitizenCon. Ihr hört auch, ich bin ein bisschen heiser, ja, es wurde viel gesprochen, viel aufgenommen und ihr könnt euch auf zwei richtig, richtig spannende Videos von der CitizenCon freuen. Ein Video wird, wenn ich es schaffe, schon morgen früh erscheinen, das ist das Pre-CitizenCon-Video. Dort waren wir in Manchester unterwegs mit vielen Leuten, die ihr kennt und waren dann abends noch auf der Bar Citizen. Und das zweite eigentliche CitizenCon-Video, das wird dann wahrscheinlich am Donnerstag früh erscheinen. Das Ganze muss ich noch schneiden, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, wann ich das Ganze dann rausbringen kann. Aber, Freunde, ich gebe natürlich Vollgas, wie immer. Bevor wir reingehen in die eigentlichen Themen, hier kurz die Infos, wie immer. Die aktuelle Star Citizen Live-Version ist die 3.24.2, ja, die ist jetzt live gegangen, läuft noch nicht ganz so rund. Da wird auch noch dran gearbeitet. Die Information sieht man auch im Launcher, dass Star Citizen da aktiv noch an Fehlern arbeitet. Und die 4.0, Freunde, ist partiell zumindest bei den Evocatis immer mal wieder und wird noch, so Chris Roberts auf der CitizenCon, dieses Jahr live gehen. Ich denke mal so, dass wir über Weihnachten dann auch Pyro besuchen können. Ja, richtig cool. Noch kurz und knackig, wie gerade schon gesagt, am Mittwoch gibt es einen Livestream. Ich denke mal um 19 Uhr legen wir los und wir müssen reden. Wir müssen dringend reden über viele Dinge, die da kommen werden, ja. Ich habe einiges vor, ich habe viele Ideen, was wir auch mit dem Rest-Stop machen werden. Freunde, ihr könnt euch da auf einiges gefasst machen. So viel steht fest. Wir gehen jetzt aber rein in die Folge und ich habe euch Folgendes mitgebracht. Wir schauen zunächst auf die MISC Starlancer Max, ein neues Schiff, was ja bereits mit der Intergalactic Aerospace Expo im November Flight Ready ins Wörst kommen wird. Und dann gibt es natürlich noch das Q&A zur MISC Starlancer Max. Dann schauen wir noch auf die MISC Starlancer Tech. Das ist ein Schiff, was so ein bisschen militärischer angehaucht ist. Auch das möchte ich euch in einem Pre-Concept Sale gerne zeigen. Dann schauen wir uns den Argo CSVSM an, so wie das Q&A des Argo CSVSM. Und ganz zum Schluss, Leute, habe ich noch das erste von zwei CitizenCon Giveaways für euch, wo ihr daran teilnehmen könnt. Wir legen los und starten mit der MISC Starlancer Max. und starten mit der MISC Starlancer Max. und starten mit der MISC Starlancer Max. Das war's für heute. Das war's für heute. Wunderschöne Video nochmal anschauen und es gibt ein paar Informationen. Dieses Schiff ist nämlich gebaut für den Deep Space. Ja, es bringt alles mit, einen Quantum Drive, einen ordentlichen, einen Jump Drive, auch einen ordentlichen, sodass ihr wirklich ganz, ganz, ganz tief rein könnt in den Weltraum. So, dann haben wir natürlich endlich ein Schiff bekommen, was so ein bisschen diese Brücke zwischen 120, noch was, SCU, ja, zu 400, 300 SCU schließt. Denn dieses Schiff hat eine Kapazität von 224 Standard Cargo Units, die, wie es aussieht, auch hier an der Seite be- und entladen werden können. Ja, ihr könnt diese Bilder übrigens auch hochauflösend hier oben downloaden, wenn ihr da Bock drauf habt, ja. Und hier hinten gibt es natürlich noch Platz. So, und dann ist natürlich auch die Bewaffnung nicht ohne. Aber auch da schauen wir uns gleich noch die Specs etwas genauer zu an. Weiter unten gibt es dann noch den Hinweis auf die Starlenser Tech, die werden wir uns aber gesondert einmal anschauen. Dann gibt es noch vier Bilder, die ihr ebenfalls hochauflösend herunterladen könnt, ne, das ist auch sehr, sehr cool. Ach, Freunde, ich liebe einfach den Design-Style-Guide von Musashi Industriens Starflight-Konzern. Ich, ich finde es geil. Es ist auch der gleiche Design-Style-Guide, der auch mit der Odyssey kommen wird. Und, äh, ich mag's. Ich mag diesen industriellen Look. Ist natürlich Geschmackssache, ne. So, vier Bilder, ne, das ist das Erste. Ein Billiardtisch wird auch mit an Bord sein. Hoffe dann irgendwann auch mit einem Gameplay. Und, äh, hier sieht man auch noch einmal den Frachtraum mit einer Gangway hier drüber, die dann links und rechts, äh, B und N laden können. Erinnert mich so ein bisschen, glaube ich, an eine Star Wars-Episode, wo die so ein Ding überfallen. Ich weiß aber nicht mehr, welche das von den tausend Serien war. Ich glaube aber, es war Andor. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Irgendwann überfallen die so ein Frachtding, da fällt das auch so ab, dann wird die so geschossen und so. Ich weiß es nicht mehr genau. So, dann gibt's ein paar Specs. Ja, wir haben hier eine Länge von 83 Metern, eine Breite von 52 Metern und eine Höhe von 16 Metern. Soll wohl so ungefähr in dem Bereich der Freelancer liegen. Ich glaube aber, das Ding ist größer, ja. Kann mich jetzt da aber auch irren. Das müssen wir dann einfach mal ingame vergleichen. So, dann haben wir Cargo von 224 Standard Cargo Units, eine Crewanzahl von 4, ebenfalls so wie bei der Freelancer. Wir haben Size 4 Guns und Size 3 Missiles. Und das Ganze ist natürlich gebaut fürs Leben, logischerweise. Es gibt den Factory Standard Paint, das ist der hier, ja. Dann gibt es den Wildcat Paint, das ist so eine Orange-Schwarz-Mischung mit so einer weißen Kontur getrennt. Das gleiche Snowcap, ne. Auch sehr schön, muss ich sagen. Dann gibt es den Pacific Paint, ja. In Gelb. Ich find's geil, ne. Aber ich mag ja eh Gelb. Und es gibt den speziellen, nur jetzt erhältigen Saphir Paint. Das ist nämlich der CitizenCon Paint 2954. Ja, der ist jetzt speziell im Angebot für dieses Schiff. Wenn ihr den haben wollt, müsst ihr da zuschlagen. So, dann, Freunde, gibt es wichtige Infos. Hier, Special Offers. Die Misk Starlancer Max ist halt jetzt zur Pre-Order ab dem 20. Oktober. Also, gestern war das, glaube ich, ja. Im Kauf und wird dann nächsten Monat am 22. November, ich denke mal, da wird dann Misk ausstellen, Flight Ready. Und es wird vorher auch schon ins PTU kommen. Also, wenn ihr so ein Schiff besitzt und ihr habt Zugang ins PTU des Patches, wo dann auch die Intergalactic Aerospace Expo mit drin ist, werdet ihr dort wahrscheinlich die Freelancer, äh, die Starlancer. Ja, ich hoffe, ich sag auch immer Starlancer. Ihr kennt mich ja, ja. Wenn ich Freelancer sage, meine ich Starlancer. So, wenn, so, ihr wisst, ne, so. Könnt ihr dieses Schiff dann halt schon fliegen. Die Farbe, die ich gerade angekündigt habe, ja, die, ähm, wird letztendlich von jetzt bis zum 19. November drin sein. Danach ist die weg und wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Vermute ich mal, ja. Und wenn ihr das Schiff jetzt ohne Warbond kauft, weil es ist ja ein Concept Sale, es gab es vorher nicht, wenn ihr es als Warbond Variante kauft, habt ihr natürlich, müsst ihr echt Geld investieren und ihr habt eine lebenslange Versicherung. Wenn ihr das nicht tut, ist dieses Schiff jetzt auch schon mit den 10 Jahren Versicherung im Angebot. Wenn ihr es mit Store Credits kauft, das wird bis zur Intergalactic Aerospace Expo dann auch noch so bleiben. So, verstehe ich das zumindest. So, dann schauen wir mal auf die Shermans Clubs Offers. Das sind praktisch die Angebote für die Shermans, für die Concierge, die mehr als 1000 Dollar in das Spiel investiert haben. Die haben einmal die Möglichkeit, die Starlancer Max plus Pacific Paint, der CitizenCon Paint, zu kaufen für 249,01 Euro. Ja, allerdings, wie gesagt, Warbond, Echtgeld, wir schauen mal rein. Da haben wir die Starlancer Max, dann haben wir den Pacific Paint, wir haben den Saphir Paint, ne, das ist ja wie gesagt der, der noch als Geschenk mit rausgeht. Eine Lifetime Insurance und den Aerofew Hangar an der Stelle. So, sehr schönes Angebot. Und ich finde den Preis auch fair, das ist gut für das Schiff. Ich weiß jetzt nicht, wo die Freelancer liegt, aber ich glaube, so, ich glaube, ein bisschen günstiger ist. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen, ich habe nicht alle Schiffspreise im Kopf. Wenn ihr sagt, Mensch, ich brauche sie alle, ich will sie alle haben. Es kommt übrigens noch die Starlancer BLD, glaube ich, was so viel wie Build heißt. Und das wird dann eine Basebuilding Variante, die wird auch die größte dieser Varianten sein. Das Schiff wird aber erst nächstes Jahr kommen. Das wurde uns auf der CitizenCon angekündigt, wird aber erst nächstes Jahr dann, ich denke mal, Flight Ready direkt reinkommen. Kann ich mir vorstellen. So, wenn ihr aber sagt, ich möchte die Max und die Tech, dann 547,82 Euro müsst ihr berappen. Warbond, ja, mit Echtgeld müsst ihr investieren. Habt natürlich beide Schiffe drinne. Ihr habt den Safir Paint, den Mojave Paint, ja, und den Pacific Paint, Lifetime Insurance und den Aerofew Hangar. Ich weiß nicht, ob ihr für jedes Schiff diesen Paint habt. Ich glaube aber, es ist jeweils nur einer drinne. Müsste halt, wenn ihr jetzt zweimal den gleichen Paint haben wollt, müsst ihr euch noch einmal einen extra besorgen. So, dann gibt es die Möglichkeit für die Concierge, das 4 Paint Pack euch zu besorgen. Wenn ihr sagt, ich mag sie alle, die Farben, ich will sie alle haben, dann könnt ihr hier zuschlagen. Hier ist nämlich einmal, wir gehen mal rein. Nein, dieser Paint, das ist nämlich, glaube ich, dieser Mojave, so, der, ja, so. Und die anderen sind natürlich auch drinne. Sehr schöne Sache. Ich habe hier noch nicht zugeschlagen. Ich werde mir aber, glaube ich, die Freelancer, ich sage immer Freelancer, es ist so drin, Freunde, die Star Lancer Max besorgen. Ich weiß halt nur noch nicht, wie. Es wird eine Mischung aus Upgrade, Einschmelz, irgendwas werden. Ich werde wahrscheinlich irgendwas von LT und dann werde ich mir die Farben noch so holen. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht so genau. So, dann könnt ihr die ganzen Farben noch einzeln kaufen. Ihr habt den Pacific Paint, ihr habt den Mojava Paint, den ihr noch einzeln holen könnt. Das sind aber beides Concierge Paints. Die bekommen diejenigen, die noch nicht 1.000 Dollar investiert haben, auch nicht angeboten. Wenn ihr diese Farben aber haben wollt, kann ich euch wie immer anbieten, paypolt mir das Geld, schreibt mich an oder schreibt mich erst an, paypolt mir dann das Geld und ich kann euch diese Farbe dann giften. Es muss halt mit Echtgeld passieren. Ihr könnt nicht irgendwie sagen, komm her, ich habe einen Kumpel, der kauft das mit Store Credits, dann kann er das halt nicht giften. Das ist halt wichtig. Man muss halt immer irgendwie Echtgeld investieren, um dann auch was giften zu können. So, Shipoffers. Das ist das, wo ihr alle zuschlagen könnt, auch wenn ihr nicht Concierge seid. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier den CitizenCon Paint euch noch mit zu besorgen. Wie gesagt, dieser gelbe ist der spezielle, auch dieser hier, das sind die speziellen Concierge Paints. So, und möchte ich mal ganz kurz gucken, ob der hier auch drin ist. So, Moment. Da ist dieser spezielle, der andere da nicht drin, nämlich da ist der Pacific Paint und der Saphir Paint. Das sind diese beiden. Ja, ihr guckt einfach mal. Spezielle Paints, wie gesagt, ist der blaue, dieser hier, der gerade da war, also der blaue, dann dieser, der gelbe. Ja, und der hier. Diese, der hier. Dieser mit dem unaussprechlichen Namen. Der M.Paint. So, dann kommen wir jetzt aber zu den Special Offers. Wie gesagt, Warbound, für die Nicht-Concierge-Members, ebenfalls 249,01 Euro. Ein Cent, ne? Na gut, okay. So, Star Lancer Mix ist drin, dann haben wir hier den Saphir Paint, Lifetime Insurance und Arrow View Hunger ebenfalls mit drin. Dann Star Lancer Twin Pack CitizenCon 1954. Beide Schiffe drin, ist eigentlich, wie gesagt, das gleiche oben wie bei den Concierge. Hier habt ihr, wie gesagt, aber zweimal den Saphir Paint drin an der Stelle. Das war dann hier nicht so. Da wurde das dann so ein bisschen aufgeteilt. Da habt ihr drei, ne? Und habt dann hier den, ja, ist ein bisschen anders zusammengestellt an der Stelle mit den Farben. Dann gibt es noch die Star Lancer Max. Das Ganze könnt ihr mit Store Credits bezahlen. Zehn Jahre Versicherung, wie gesagt, schon drauf. Wird auch bis zur Intergalactic Aerospace Expo so bleiben. Auch während der Intergalactic Aerospace Expo natürlich. Und das gleiche, wie gesagt, als Einzelpack, dann als Twin Pack selbstverständlich, ne? Wenn ihr da Store Credits ausgeben wollt, indem ihr einfach irgendwelche Schiffe einschmelzt. Dann die Farben, Freunde, ne? Die könnt ihr euch natürlich auch noch extra sorgen. Einmal Star Lancer, Saphir Paint, für jeden erhältlich. Extra nochmal, wenn ihr das irgendwie ein-, äh, upgradet das Schiff. Dann ist natürlich nicht die Farbe dabei. Dann müsst ihr da nochmal einzeln zuschlagen. So wie die beiden Paint Packs hier und, äh, dann jeweils nochmal einzeln. Freunde, sehr, sehr geiles Schiff. Wie gesagt, bei, bei MISC bin ich, da werde ich immer schwach. Alles, was so industriell aussieht, MISC, Argo Astronautics, da, da bin ich, da, das, da haben sie mich. Haben sie mich einfach, ne? Kannst du nichts machen. So, und hier unten steht nochmal, dass, äh, wenn ihr jetzt auf die, ähm, Star Lancer Max plätscht, dann, ähm, kommt sie halt erst mit der Intergalactic Aerospace Expo. Das, was ich euch da vorhin schon gesagt habe. Und ihr bekommt, bis dieses Schiff dann da ist, eine Freelancer Max. Die könnt ihr dann benutzen, bis die Star Lancer Max dann da ist. So, und ich hoffe an dieser Stelle, ich habe nicht zu oft Freelancer Max gesagt, wo ich hätte Star Lancer Max sagen sollen. So, wenn ich das gemacht habe, tut's mir sehr leid. Ähm, ich bin einfach noch echt durch von der CitizenCon und, äh, die Konzentration ist noch nicht so ganz wieder da. Aber ich muss heute ein bisschen was schaffen. Ich muss was schaffen, deswegen müssen wir Gas geben. So, es gibt natürlich, äh, sehe ich gerade auch noch ein Warbond Upgrade. Aber das ist ja klar, ne? Ihr könnt das Schiff auch upgraden und das könnt ihr auch mit Warbond machen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ihr, ich, ich nehme jetzt mal irgendwas, ein, ein ATLS oder ein Atlas, wie er jetzt auch offiziell auf der CitizenCon von CLG Mitarbeitern genannt wurde. Also der Atlas, ja, ihr habt den gekauft. Der hat 40 Dollar gekostet, ja, so, ich sag jetzt mal einfach so, oder 40 Euro, ich weiß es nicht mehr genau, ich sag jetzt mal einfach, ein Preis ist nur ein Beispiel, ja, und der hat LTE. So, und ihr sagt jetzt, ich möchte von dem Atlas upgraden auf die Star Lancer Max. So, dann zahlt ihr die Differenz von 40 Euro auf den Preis der Star Lancer Max, müsst diese Differenz aber mit Echtgeld bezahlen. Der Warbond Upgrade oder das Warbond Upgrade hat aber den Vorteil, dass ihr dadurch die Star Lancer Max günstiger bekommt, als wenn ihr auf das normale Modell upgraden würdet. Wenn ihr aber auf das normale Nicht-Warbond Modell upgraden würdet, müsstet ihr mehr bezahlen, könnt dann aber mit Store Credits bezahlen. Ja, so verhält sich das ungefähr. Das LTE von dem Atlas wird aber auf jeden Fall übernommen. Also ihr habt dann auf diesem Schiff LTE, also eine lebenslange Versicherung. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich werde sie auf jeden Fall beantworten. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt die Star Lancer Tech uns anschauen, gehen wir ins Q&A und werden uns erstmal die Fragen und Antworten der Entwickler reinziehen. Hier habe ich nun 13 Fragen und Antworten zur Star Lancer Max vom Musashi Industrial & Starflight Concern. Die Star Lancer Serie ist da, ein vielseitiges Transportchassis, das speziell für den Einsatz im Deep Space entwickelt wurde. Es bietet die Zuverlässigkeit, die man von MISC erwartet und die Flexibilität, die man in einem sich ständig verändernden Universum benötigt. Die Max-Variante wurde für den Transport größerer Nutzlasten entwickelt und bietet mit ihrem riesigen Ladedeck viel Platz. So, Frage Nummer 1. Ist die Star Lancer Max eine größere Version der Freelancer Max? Was sind die wichtigsten Verbesserungen oder was sind die Unterschiede? Nun, die Star Lancer Max als den größeren Bruder der Freelancer Max zu bezeichnen, wäre nicht übertrieben. In fast allen Kategorien macht die Star Lancer Max einen Schritt nach vorne, egal ob es um Waffen, Verteidigung oder Ausstattung geht. Also ist das Schiff auf jeden Fall größer. Wie viel SCU kann die Star Lancer Max maximal transportieren? Die Star Lancer Max hat derzeit eine Gesamtkapazität von 224 Standard-Cargo-Units, 96 Standard-Cargo-Units im Heck und 128 Standard-Cargo-Unit im Max-spezifischen Laderaum. Frage Nummer 3. Können Sie uns etwas über den verfügbaren Stauraum für Waffen, Ausrüstung und kleineren Fahrzeugen sagen? Die Star Lancer Max ist so konzipiert, dass sie die meisten Dinge aufnehmen kann, die man braucht, wenn man im Wörs unterwegs ist und Lieferungen durchführt. So gibt es zum Beispiel eine spezielle Waffenkammer sowie Platz für ein Bodenfahrzeug, wie zum Beispiel einem Ursa-Rover, um das Reisen auf dem Planeten zu erleichtern. Frage 4. Wie groß ist der Schusswinkel des hinteren nach hinten gerichteten Geschützturms? Beide Geschütztürme haben einen Drehwinkel von 180 Grad mit einem maximalen Neigungswinkel von 80 Grad rundherum. Frage Nummer 5. Welche Fähigkeiten hat die Star Lancer Max mit 224 SCU-Speicherplatz, um sich um seine wertvolle Fracht zu verteidigen? Die Star Lancer Max verfügt über eine Reihe von Funktionen, um Waren sicher von A nach B zu transportieren. Darunter pilotengesteuerte Size 4 Zwillingsgeschütze, zweimal remote-gesteuerte Size 4 Doppelgeschütztürme, 16x Size 3 Raketen und ein Size 3 Schildgenerator. Und Freunde, das ist doch ordentlich, würde ich mal sagen. Viermal Size 4, boah, das ist schon okay, würde ich sagen. So, Frage Nummer 6. Gibt es ein Multifunktions-Display in Klammern MFD, das beim Andocken und Laden eines so großen Schiffes hilft? Noch nicht, aber die Teams sind immer noch daran interessiert, ein MFD für die Ladung zu entwickeln. Frage Nummer 7. Wodurch unterscheidet sich die Star Lancer Max von anderen Frachtschiffen, wie der RSI Constellation Taurus und der Miskal-C? Die Star Lancer Max liegt zwischen diesen beiden. Sie kann mehr Ladung transportieren als die Taurus, ohne dass sie ihren Fahrzeugstauraum opfern muss, obwohl sie weniger für den Kampf ausgerüstet ist. Dafür kann sie mehr Ladung transportieren und ist besser bewaffnet als die HAL-C. Frage 8. Misk lässt sich normalerweise gerne von Xi'an inspirieren. Bietet die Star Lancer Max etwas, was mit außerirdischer Technologie oder Design zu tun hat? Die Star Lancer blickt auf die Wurzeln von Misk und auf Schiffe wie die Freelancer zurück, sodass sie dieses Mal nur wenig Inspiration oder Design-Anleihen von den Xi'an bekommen hat. Frage Nummer 9. Und ich glaube, da ist irgendwie was schiefgelaufen, denn die Frage Nummer 9 ist eigentlich die Antwort von Frage Nummer 8. Da steht, die Star Lancer besinnt sich auf die Wurzeln von Misk und auf Schiffe wie die Freelancer, sodass sie dieses Mal nur wenig Inspiration hat. Ich glaube aber, die Frage sollte anders sein. Wir machen mal so ein Jeopardy drauf. Was ist die Frage auf die Antwort? Je nachdem, wie schnell sie arbeiten oder sich verteidigen wollen, empfehlen wir vier Personen, um sie effizient zu bedienen. Ich denke mal, die richtige Frage dazu wäre, wie ist die Mindest-Crew-Anzahl der Star Lancer Max? So. Ja? Frage Nummer 10. Und hier gibt es eine ewig lange Antwort. Verfügt sie über VTOL? Und die Antwort? Jupp. Frage Nummer 11. Bietet die Star Lancer Max integrierte Traktorstrahlen? Die Star Lancer Max verfügt nicht über einen integrierten Traktorstrahl. Frage Nummer 12. Optimierung und Geschwindigkeit sind alles, wenn es um den Transport von Fracht geht. Wie hoch sind die Höchstgeschwindigkeiten und die Reichweite des Schiffes? Die Höchstgeschwindigkeit der Star Lancer Max beträgt derzeit 950 Meter pro Sekunde. Was die Reichweite angeht, so ist der Archetyp im Vergleich zu Schiffen ähnlicher Größe hervorragend geeignet, um große Entfernungen zurückzulegen. Ja, sagt jetzt irgendwie gar nichts aus. Frage Nummer 13 und letzte Frage hier im Q&A der Star Lancer Max. Welche Annehmlichkeiten bietet die Star Lancer Max? Da es sich um die nächste Evolutionsstufe der Freelancer handelt, wurden natürlich auch die Annehmlichkeiten verbessert. Jeder der vier Besatzungsmitglieder hat seine eigene Schlafkabine und sein eigenes Bad. Außerdem gibt es einen gemeinsamen Aufenthaltsraum und eine gemeinsame Küche, sowie eine gemeinsame Waffenkammer im vorderen Teil des Schiffes in der Nähe des Andock-Kragens. Ja, Freunde, so wie es sich anhört, ist das einfach eine bessere Freelancer. Ich hoffe, nach der Überarbeitung der Freelancer hat diese aber trotzdem noch eine Berechtigung. Ansonsten wäre das sehr, sehr schade. So viel zum Q&A der Star Lancer Max. Ich würde sagen, wir schauen einmal auf den Concept Sale der Star Lancer Tech. Die Star Lancer Tech, was so viel heißt wie Tactical, ist die Kampfvariante der Star Lancer. Ist auf jeden Fall größer, ist auch für den Deep Space geeignet mit verbessertem Quantum und Jump Drive, kommt aber mit einigen zusätzlichen Features daher. Und die könnt ihr hier sehen. Wir haben hier zum einen einen zweiten Schildgenerator, als Übersicht einmal hier. Zwei Manually Operated Size 5 Dual Mount Torrets, also zwei Türme mit zwei Size 5 Kanonen. Zusätzlich noch zwei Tier 3 Mad Bats und einen Fury Hangar, den man hier auch wunderbar auf dem Bild sieht. So, hier könnt ihr das Ganze preordern und hier haben wir noch einmal die Übersicht. So, wir haben Size 4 Dual Link Torrets, ja, die scheinen hier zu sein, an der Stelle hier und wahrscheinlich auch auf der anderen Seite. So, was haben wir hier? Best Poke Quad Rack Launcher, achso, das ist der Missile Launcher mit viermal Size 3 Missiles. Ich denke mal pro Quad Launch, also insgesamt mal vier, ja, so. Dann haben wir hier oben einmal ein Remote Operate Size Dual Mount Torret. Das ist hier oben, also zweimal Size 4. Hier haben wir ebenfalls zweimal Size 4 Mount Torret und hier haben wir Remote Operate Missile Torret. So, werden wir dann aber sehen. So, dann haben wir hier ein paar Bilder und ein paar Einblicke in das Interieur. Wir bekommen auf jeden Fall Operator Seats hier an der Stelle, ja. Wir haben die Mad Base, zwei Stück Tier 3. Wir haben irgendwas, was auch einen Sitz hat und irgendwie so ein Schnupsi da drüber, ne. Müssen wir mal sehen, was da letztendlich ist. Und wir bekommen Jump Seats dazu, wo noch Soldaten oder andere Passagiere Platz nehmen können. Hier, so, Crew Anzahl ist sieben. Ja, also, das ist schon eine andere Nummer als die Mechs mit vier, ja. Wir kommen mit sieben Crewmen daher. Wir haben acht Jump Seats an der Stelle, ja, zweimal Size 3 Schildgeneratoren. Dann zweimal Remote Dual Size 4 Torrets und zweimal Manual Dual Size 5 Torrets. Also, so, das wird richtig sein an der Stelle, denke ich mal, ne. Dann haben wir zweimal Size 4 Twin Linked Weapons für den Piloten zum Feuern und einen Size 2 Quantum Drive. Und, äh, es kommen natürlich noch Farben dazu. Wir haben den Standard Factory Paint und hier ist jetzt auch der Mojava dabei. Das ist der hier, ne. Der wird aber, denke ich mal, auf alle Starlancer Modelle gehen, vermute ich mal, ne. So, dann haben wir natürlich hier noch die Informationen, die wir auch zu der Mechs hatten. Hier verhält sich das allerdings ein bisschen anders. Das Schiff kommt nicht Flight Ready zur Intergalactic Aerospace Expo, sondern das Schiff wird im nächsten Jahr released werden. Wann steht aber noch nicht fest. Die Farbe, ja, die spezielle Saphir-Farbe wird auch für dieses Schiff funktionieren, ist auch bis zum 19. November erhältlich. Und wenn ihr das Schiff nun in der Nicht-Warbound-Variante kauft, dann habt ihr auch schon die 10 Jahre Versicherung. Ich meine, 10 Jahre, ja, ähm, die jetzt mit der Intergalactic Aerospace Expo dann kommen. So viel zu den Informationen insgesamt. Wir schauen uns jetzt aber auch nochmal die Pledge-Informationen an. So, wie bei der Mechs gibt es natürlich auch die Starlancer Tech Plus Mojava Paint und CitizenCon Paint als Extra-Bonus noch drauf für 326,48 Euro. Wir gehen mal rein. Das ist, wie gesagt, für die Concierge, die mindestens 1.000 Dollar ausgegeben haben. Und ihr habt hier den Saphir-Paint, den Mojava-Paint, Lifetime-Insurance und einen Aerofew-Hangar, sowie natürlich das Schiff drinne. So, ebenfalls für die Concierge gibt es das Twin-Paint-Pack. Das ist das gleiche, was wir uns gerade schon bei der Mechs angeschaut haben. Dann gibt es wieder das Fear-Paint-Pack, ja. Hier an der Stelle ist auch das gleiche wie bei der Mechs. Hier gibt es den Mojava-Paint-Einzel und den Paint-Einzel für die Concierge-Member. So, das sind halt exklusiv-Paints. Dann für alle Nicht-Concierge-Member und für sowieso jeden gibt es dann das CitizenCon Paint-Pack. Hier nochmal als Geschenk, ebenfalls für den gleichen Preis, inklusive Starlancer Tech und dem Saphir-Paint, lebenslanger Versicherung und Aerofew-Hangar. Wie gesagt, Warbond mit Echtgeld. Das Twin-Pack ebenfalls genau das gleiche. So, und dann gibt es hier noch die Store-Credits-Versionen, wenn ihr nicht Echtgeld investieren wollt. Da bekommt ihr dann aber eine 10-jährige Versicherung drauf. Ja, und dann habt ihr hier unten nochmal die einzelnen Farben, die aber wie gesagt die gleichen sind, die auch zur Starlancer Max gehören. Da gibt es keinen wirklichen Unterschied, deswegen die passen dann auf alle Varianten und bestimmt auch auf die BLD. Ich glaube, die hieß BLD-Variante, die für Space Building, die wird ebenfalls mit diesen Farben funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Und hier unten gibt es noch die Informationen, dass bis die Starlancer Tech dann da ist, wenn ihr jetzt schon hier drauf geplätscht habt, dann bekommt ihr eine Freelancer Miss, mit der ihr im Vers und auch im Arena Commander euren Spaß haben könnt. Ja, geht hier unten mal auf die Loner-Liste. Da könnt ihr euch mal angucken, welche Schiffe ihr bekommt für Schiffe, die es noch nicht gibt. Da gibt es auf jeden Fall die Information dazu. Ja, soviel zur Starlancer Tech. Mein persönliches Ding ist es nicht. Ich bin eh nicht so der Military-Typ, aber ich glaube, das Ding kann ganz schön, das macht glaube ich wirklich Spaß. Wenn man eine Crew hat von sieben Personen, damit dann losfliegt, gerade auch in einer Flotte kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch im Exploration-Bereich oder Schutz für die Mechs. Bestimmt ein sehr, sehr schönes Schiff und es sieht auf jeden Fall auch mega geil aus. Ich kann es mir aber vorstellen, dass ich es mir vielleicht irgendwann ingame hole. Man muss sich ja alles nicht jetzt sofort holen, man muss ja auch immer bedenken, viele Dinge kann man sich auch ingame holen. Und wir haben ja auf der CitizenCon gelernt, mit der 1.0 wird es keinen Vibe mehr geben. Und was wir auch gelernt haben ist, mit der 1.0 ist Star Citizen noch nicht zu Ende entwickelt. Ihr müsst euch das mal angucken, es ist einfach mega geil. Soviel auf jeden Fall hier zur Starlancer Tech. Wir können aber nochmal in den Innenbereich gucken, das haben wir gerade gar nicht gemacht. Hier vorne haben wir das Cockpit. Dann haben wir hier die Onboard-Habitations, also die Wohnbereiche. An der Stelle ist dann der Komm-Raum. Hier haben wir die 8 Jump Seats hier unten in der unteren Bereich, also es gibt auf jeden Fall 2 Etagen. Dann haben wir hier das Medbay mit 2x Tier 3 Medbetten. Hier haben wir den Snubhanger, hier ist der drin, nach oben kann der dann rausfliegen. Und hier haben wir den Engineering Room hinten. So, ja, wunderschön. Ich weiß gar nicht, gibt es die Möglichkeit auf ein Upgrade? Das habe ich jetzt an der Stelle nicht gesehen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es eins gibt. So, also Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesem Schiff haltet und vor allen Dingen auch, für welches Schiff ihr euch interessiert und warum. Das würde mich mal interessieren, denn wir müssen das Ganze ja auch mitbedenken, was da jetzt noch alles kommen wird. Was wir zum Base-Building gelernt haben und Raumstation-Building und, Freunde, Mittwoch, Mittwoch werden wir uns darüber unterhalten im Livestream, ab 19 Uhr. Solltet ihr nicht verpassen. Jede Menge Infos, jede Menge Inspiration und gut. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Thema. Und zwar dem Argo Astronautics CSVSM, meine lieben Freunde. Es wurde bereits im Vorfeld geleakt, deswegen kennen dieses Fahrzeug wahrscheinlich schon einige von euch. Nichtsdestotrotz ist es endlich ein kleiner LKW. Klein, also da ist noch Luft nach oben, ja, vielleicht gibt es ja noch einen Anhänger irgendwann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, schmuckes Teil von Argo Astronautics. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. So, Worksite Hero, der CSVSM, was wahrscheinlich so viel heißt wie Cargo Small Vehicle Standard Mounted. Ich habe keine Ahnung. Cargo Small Vehicle kann ich mir vorstellen, aber SM, was das heißt, ich weiß es nicht. Sanomaso wird es nicht heißen, denke ich mal. Also, so. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt es mal rein. Ich frage mich immer, warum CRG zu diesen Abkürzungen nie was schreibt. Die können doch einmal schreiben, was das heißt. Jedes Mal rätselt man, was das heißt. Das machen die doch mit Absicht, ja. So, hier sehen wir das Ding auf jeden Fall. Wir haben hier oben Platz für vier Standard Cargo Units. Können aber auch kleinere Kisten draufstellen. Können auch eine Vier Size Cargo Unit hier draufstellen. Ja, also so ein Vierer-Teil und auch zwei Zweier. Richtig cooles Ding. Wir schauen uns das Teil aber auch noch ingame an. Da wird es im Anschluss dieser Episode hier eine weitere Episode geben. Eine Spacepod-Episode, wo ich das Ding euch dann ingame mal vorstelle. So, dann haben wir hier nochmal die Information für die vier SCU. Hier oben zum Beispiel sehen wir jetzt so eine 1-4-SCU-Kiste. Die passt da selbstverständlich auch drauf. Ich dachte auch, dass wir hier vorne noch eine reinklemmen können. Ähnlich wie bei dem Mule. Aber irgendwie wird das nie irgendwo so abgebildet. Deswegen glaube ich, dass das einfach nicht geht. Kann mir aber auch vorstellen, dass das in den Q&As gleich noch beantwortet wird. So, dann haben wir einen kompakten Rahmen, der das Ganze natürlich perfekt für die Arbeit macht und für den Transport. Natürlich in der typischen Argo-Astronautics-Farbe. Das Ganze ein sehr, sehr schönes Fahrzeug und wir sind ready für die Arbeit, wenn dann der Basenbau dann irgendwann ins Spiel kommt. Wir haben eine Länge von 5,44 m, eine Breite von 4,13 m und eine Höhe von 2,81 m. Ein Sitzer ist das und 4 Cargo-SCU können wir hier mitnehmen. Wenn ihr noch genauere Informationen darüber haben wollt, könnt ihr hier auf die Spec klicken und kommt dann hier hin, bekommt dann ein PDF, wo ihr euch das Ganze dann genauer anschauen könnt. Und hier habt ihr dann nochmal die kompletten Informationen. Also, wir haben noch einen Size 0 Life Support, einen Size 0 Fuel Tank, einen Size 0 Power Plant, Schildgenerator ebenfalls Size 0, einen Kühler, eine Batterie, einen Computer, alles Size 0 und auch Radar ist Size 0. So, dann habt ihr auch die kompletten Informationen. Aber auch das gehen wir in der Space-Pod-Folge dann nochmal genauer durch. Wir haben hier an der Stelle dann noch ein paar Farben. Das ist der Standard-Factory-Paint hier im Argo-Astronautic-Style. Dann gibt es das Ganze in Jolt, das ist gelb, sehr geil, wie ich finde. Primer, das ist weiß mit blauer Scheibe, auch sehr geil, wie ich finde. Und Granite, Granit, so, ja, Granite, das ist schwarz. Und das ist der gesonderte Shermans Club Paint, den ihr auch wieder nur bekommt, wenn ihr mindestens 1000 Dollar ausgegeben habt. Aber wie schon gesagt, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, schreibt mich an. Ich gifte euch den sehr, sehr gerne. So, Work Smarter, Freunde. Und hier unten gibt es nun die ganzen Angebote. Wir haben einmal als Warborn für die Shermans für 44,27 Euro. Den Preis finde ich übrigens im Gegensatz zum Atlas absolut fair. Haben wir hier den CSVSM. Ich gucke mal, ob da oben irgendwo steht, was CSVSM heißt. Nein, steht da nicht. So, dann bekommt ihr den Granite Paint. Der ist da mit drin. Der ist praktisch im Preis inklusive als Geschenk. Eine Lifetime Insurance und ein Selfland-Hunger. So, dann gibt es den Argo Cargo Pack plus Granite Paint, ja, für 160 Euro. Das ist dann praktisch hier. Wir gehen mal rein. Das Fahrzeug, die Reft und hier noch den Granite Paint für den CSV. Eine Lifetime Insurance auch, wie gesagt, für die Reft, ja, und einen VFG Industrial Hangar. Das ist in diesem Paket mit drin. Also, wenn ihr damals die Reft verpasst habt, könnt ihr sie noch mal mit LTE bekommen. Dann gibt es das 3er Paint Pack inklusive dieses Concierge-Paints in Weiß, Gelb und Schwarz. Es gibt den schwarzen Paint auch als einzelne Farbe zu kaufen und das ist der Concierge-Bereich. So, für alle anderen, ihr habt die Möglichkeit, euch natürlich die Warbond-Variante zu sichern mit LTE für 44,27 Euro, ohne den Granite Paint. Und dann, wenn ihr mit Store Credits das Ganze bezahlen wollt, dann müsst ihr 94,80 Euro bezahlen, ja, habt aber dann immer noch 10 Jahre Versicherung auf dieses Fahrzeug. Aber was ich immer sage, die Versicherung, die kommt zwar mit der 1.0 ins Spiel, ja, aber für so kleine Vehikel wird das ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das wird ganz wenig sein, ne. Wichtiger ist, dass ihr euch eine LTE-Versicherung, also eine lebenslange Versicherung für die großen Schiffe holt, weil das wird teuer werden, ne. Und wir haben ja auch gelernt auf der CitizenCon, dass die Versicherung, dass das Versicherungsmodell in drei Schritten kommt. Es gibt eine Basisversicherung, es gibt eine Extra-Versicherung für angebaute Teile und es gibt eine dritte Versicherungsart für angebaute Teile. Und alles, was ihr im Interieur hattet, ja, und die lebenslange Versicherung, so wie ich es verstanden habe, die ihr hier auf die Schiffe habt, das ist die dritte Versicherung. Also alles komplett, ja, und das ist natürlich der Hammer, ne. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ich weiß es nicht. Ansonsten schreibt es mal in die Kommentare, aber ich meine, genau so müsste das sein. Und das wäre natürlich der Hammer, gerade für die großen Schiffe. So, dann gibt es hier unten noch die Ship-Packs. Und hier gibt es einmal das Argo-Pack, eben so oben, nur dann halt, wir gehen mal rein, mit den 10 Monaten, statt mit einer Lifetime mit... Oh, nee, da ist eine Lifetime mit Jules. Ach ja, klar, natürlich ist eine Lifetime mit Jules drin. Es ist ja der, ähm, es ist ja das Fahrzeug mit drin, ne. Und ihr müsst das Ganze ja mit Warbound bezahlen, deswegen ist natürlich eine Lifetime mit Jules drin. Aber hier ist für 177 Euro das gleiche Pack, nochmal mit 10 Monaten, wenn ihr sagt, ich möchte das mit Store-Credits berappen. So, und dann gibt es hier unten noch die Möglichkeit, die zwei Packs, außer den schwarzen natürlich, ähm, euch zu holen, für einmal 5,64 Euro im gesamten Pack, ein bisschen reduziert, ne. Und die einzelnen, falls ihr sagt, gelb oder weiß, ist nicht so meins. Und, ja, Freunde, der CSV-SM, der Cargo, oder vielleicht ist es auch das Cargo-Service-Vehicle, das kann auch sein. Nicht Cargo-Small-Vehicle, sondern, ah, ich weiß, ich weiß, was es ist. Ich hab's, es fällt mir wie Schuppen von den Haaren, sagt man das so? Es ist das Cargo-Service-Vehicle-Small. Dafür steht das SM. Das heißt also, es wird bestimmt noch ein Cargo-Service-Vehicle-Large geben. Und das ist dann bestimmt LG. Vielleicht. Ich glaube, es wurde uns auch was angekündigt auf der CitizenCon. Aber das ist noch was anderes. Das ist, glaube ich, ein Vehikel, was speziell für den Basenbau gedacht ist. Freunde, ich kann euch sagen, da wird noch einiges kommen. Es ist einfach der Wahnsinn. Denkt aber immer dran, diese ganzen Sachen kann man auch ingehm kaufen. Ihr müsst hier kein Geld investieren. Ihr könnt auch einfach sagen, komm, ich kauf mir das ingehm. Das wird nicht teuer werden. Ihr könnt euch ingehm auch 10 kaufen. Werde ich auch machen. Ich hol mir das Ding jetzt einfach, weil ich es einmal haben will, weil ich es ausprobieren will, weil ich Spaß damit haben will, weil ich CRG unterstützen will. Und deswegen plätsch ich da einmal drauf. Aber wie gesagt, ingehm kann man die Dinger noch und nöcher kaufen. Genau wie den ATLS. Der sollte ja jetzt auch schon ingehm verfügbar sein. Also alles, alles entspannt. Bevor wir nun reingehen in das Spiel oder in die nächste Episode, würde ich aber sagen, wir gehen einmal ins Q&A und schauen uns dort die Fragen und Antworten der Entwickler an. Hier habe ich 10 Fragen und Antworten für euch. Los geht es mit der ersten Frage. Welche Aufgabe soll der CSVSM erfüllen und in welcher Situation wäre er sinnvoll einsetzbar? Der CSVSM ist ein Bodenfahrzeug, das Fracht von A nach B transportiert und zwar viel schneller als zu Fuß. Man denkt an Lieferungen auf dem Planeten, den Transport von Fracht zwischen Außenposten und den Transport von Baumaterialien. Uh, Transport zwischen Außenposten. Sehr, sehr geil. Frage 2. In welche Schiffe passt der CSVSM? Der CSV passt in verschiedene Schiffe der Cutlassgröße und darüber hinaus. Einschließlich der meisten Schiffe, in der auch ein Drake Mule passt. Frage 3. Welche Vorteile hat der CSVSM gegenüber seinem Konkurrenten, zum Beispiel der Drake Mule? Im Vergleich zum Drake Mule hat der CSVSM ein Schild der Größe 0 und zusätzlich ein SCU am Container-Stauraum. Dies geht jedoch auf Kosten der Lagerung von kleineren Boxen. Frage 4. Ist dieses Fahrzeug für den Einsatz auf der Straße oder im Gelände konzipiert und wie gut sind seine Geländeeigenschaften? Der Argo CSVSM verfügt über ein hohes Drehmoment und eine robuste Federung, um schwieriges Gelände zu bewältigen, während seine großen, robusten Räder für zusätzliche Traktion im Gelände sorgen. Ja, also, schön Geländefahrzeug. Straßen gehen natürlich auch. Frage 5. Welche Art von Stauraum ist an Bord vorhanden? Der CSVSM verfügt über einen speziellen Multitool-Stauraum sowie über einen persönlichen Stauraum im Heck. Frage 6. Wie hoch ist die maximale Fahrgeschwindigkeit des Argo CSVSM? Die Höchstgeschwindigkeit des CSVSM beträgt 28 Meter pro Sekunde auf flachem Terrain. Frage 7. Es sieht so aus, als gäbe es einen Haken unter der Ladefläche. Können wir andere Bodenfahrzeuge an den CSVSM ankoppeln, um sie zu ziehen? Wird es im Spiel abschleppbare Anhänger geben, die wir daran befestigen können? Das ist mal eine Frage. Das ist visuelle Storytelling. Buh, derzeit gibt es keine Pläne, Fahrzeuge mit Anhängern auszustatten. Frage 8. Wie stark sind die Scheinwerfer? Das heißt, können wir das Gelände beim Fahren in der Wildnis richtig sehen? Vor kurzem wurden die Scheinwerfer für alle Fahrzeuge genormt, damit sie je nach Größe und Herstelleridentität eine einheitliche Reichweite haben. Kurz gesagt, die Scheinwerfer des CSVSM werden die gleiche sein wie bei anderen Fahrzeugen ähnlicher Größe. Frage 9. Ist die Pritsche mit 4 SC-Maschleife? Die Antwort der Entwickler dazu? Ja, alles was an einem Frachtgitter befestigt werden kann, kann auch an der Pritsche angebracht werden, sofern es in die Grenzen des Fahrzeugs passt, einschließlich Sitze. Zehnte und letzte Frage. Welche Verteidigungsfähigkeiten hat der CSVSM? Wird er zum Beispiel Schilde haben? Der CSVSM verfügt über kleine Verteidigungsfähigkeiten in Form eines Schildes der Größe 0, der den Spielern Zeit gibt zu versuchen, unter Beschuss zu entkommen. Er verfügt jedoch nicht über Waffen. Jo, Freunde, so viel zum Argo CSVSMALL. Bevor ich aber nun meinem Marco zurück in den Hangar fliege, habe ich euch noch das erste CitizenCon Gewinnspiel mitgebracht. Wann wir das zweite machen, weiß ich noch nicht, aber ihr seid ja eh am Ball und ihr werdet es mitbekommen. Ich habe euch heute auf jeden Fall einen Nomad von Consolidated Outlands mitgebracht, inklusive LTE und einem Star Citizen Digital Download. Das heißt, wenn ihr dieses Package gewinnt, dann habt ihr auch schon das vollwertige Star Citizen Spiel in eurem Hangar. Was müsst ihr tun, um mitzumachen? Ihr schreibt in die Kommentare Hashtag CitizenCon2954. Alles klein, alles zusammen. Zahlen sind Zahlen, Buchstaben sind Buchstaben und Hashtag ist das Symbol und wird nicht ausgeschrieben. Freunde, und ich würde sagen, den Gewinner ziehen wir dann am Samstag zu den Worst News. Und dann seid ihr schlauer und wisst, ob ihr Besitzer dieses wunderschönen neuen Schiffes seid. So viel zu den Neuigkeiten auf der Seite von Robert Space Industries. Aktuell läuft auch ein Referral-Bonus-Programm. Schaut auch mal hier auf diese Seite. Das heißt, wenn ihr euch einen Account anlegt, dann benutzt auf jeden Fall einen Referral-Code. Das kann der Referral-Code eures Kumpels sein, eurer Kumpeline, eurer Großmutter, Hund, je nachdem, wer einen Account hat. Ihr könnt aber auch gerne meinen Referral-Code, den blende ich euch hier unten ein, einmal benutzen. Dann bekommt ihr nämlich dieses Hover-Quad, was hier abgebildet ist und ich bekomme das auch. Zusätzlich bekomme ich einen Punkt auf meiner Referral-Liste und ihr bekommt zusätzlich 5000 Credits, die ihr dann, wenn Star Citizen released wird, zusätzlich ausgeben könnt. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen bei der Account-Erstellung. Wenn ihr das verpasst, habt ihr leider Pech gehabt, im Nachhinein könnt ihr keinen Referral-Code mehr benutzen. Freunde, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, Mittwoch im Livestream, ab 19 Uhr sprechen wir über die CitizenCon. Wir gehen natürlich auch noch rein ins Worst. Vielleicht gibt es ja auch schon 4.0-Welle 1, dass wir auch da rein können. Wir werden auf jeden Fall am Mittwoch einiges zu besprechen und zu tun haben, ihr Lieben. So gesehen, eine schöne Woche und bis dahin, macht es gut, tschüss. Wir werden auf jeden Fall am Mittwoch einiges zu besprechen.